Ja, weil wir im Geld über Winterunfälle sprechen. Beim Skifahren oder Schlitteln kann leider manchmal einiges schiefgehen. Und dann wird es für die Betroffenen oft nicht nur schmerzvoll, sondern auch teuer. Willkommen beim Geld. Der Winter mit den kalten Temperaturen ist für die einen eine richtige Plage. Die anderen aber freuen sich über den Schnee und die vielen Wintersportmöglichkeiten in den Bergen. Skifahren, Snowboarden, Langlauf und Schlitteln machen grossen Spass, sind aber immer auch mit dem Parkfahren verbunden. In diesen Tagen und Wochen sind viele auf den Skipisten unterwegs. Mit den Winterferien in den Kantone der Ostschweiz nimmt die Zahl der Wintersportler nochmals zu. Nicht immer endet der Ausflug in die winterlich weissen Berge mit einem Happy End. Jedes Jahr kommt es in der Schweiz zu vielen Wintersportunfällen. Und manchmal sind nicht nur harmlose Arm- und Beinbrüche die Folge. Wer haftet bei Winterunfällen und was muss man unternehmen, damit man den Winter möglichst ohne Unfälle und Schäden mit Freude erleben kann? Darüber reden wir jetzt mit Hans-Jürgen Freund, Generalagent bei der Helvetia St. Gallen. Wie kann man so Winterumfälle möglichst verhindern? Oft ist man gar nicht selber die Schuld beim Skiunfall oder beim Schlittelunfall. Wie ist die Haftung geregelt, wenn jemand in einen selber reinfährt? Es kommt sehr oft den konkreten Fall darauf ab. Grundsätzlich ist eine Privathaftpflichtversicherung hier dafür da, wenn ich jemandem einen Schaden zufüge und dazu gehört zum Beispiel auch ein Sport oder in diesem konkreten Fall ein Skiunfall. Wenn ein Unfall passiert, macht es Sinn, dass man hier die Privathaftpflicht meldet. Und massgebend auch für die Beurteilung der Haftpflichtfälle ist es eine Fissregel, die ich vorhin erwähnt habe. Es ist vor allem in diesem Bereich der Bereich, in dem die Fissregel gilt. Besonders Freude am Schnee und am Wintersport haben gerade Kinder. Wie sieht die Haftung aus, wenn es dann doch eben zu einem Wintersportunfall kommt? Auch hier ist es wieder sehr spezifisch auf den Fall bezogen. Grundsätzlich ist es so, dass die Eltern die Aufsichtspflicht wahrnehmen müssen, dass die Eltern auch die Verantwortung haben, dass die Kinder die entsprechende Einführung oder Ausbildung in diesem Thema haben und dass man vielleicht eben auch mit den Kindern diese Regeln mal durchgeht und schaut, wie man sich verhalten sollte. Noch häufiger als die Umfälle auf den Skipisten oder der Schlittelbahn sind allerdings keine Emballagen. Auf der winterlichen Strassen. Gerade wenn sich in den Wintermönnen der Nebel breit macht und die Sicht erschwert ist und Strassen, da in Ostschweiz schneebedeckt oder vereist sind, braucht es wenig und es kommt zu Zusammenstösse. Besonders gefährlich sind die Umfälle auf der Autobahn, wenn bei schlechten Wetter- und Sichtverhältnissen gerade mehrere Fahrzeuge ineinander reinfahren. Umso wichtiger ist es, dass man als Autofahrer das Tempo reduziert. Doch auch in den Städten und Gemeinden kommt es regelmässig zu Unfällen, wenn der Fussgänger auf der winterlichen Strassen und Trottwahr ausrutscht. Auf was sollte man besonders als Verkehrsteilnehmer achten, damit es eben weniger Winterumfälle auf den Strassen kommt? Im Strassenverkehr ist es auch wichtig, dass die Ausrüstung passt. Also die Wintermöe an dem Auto ist klar, da ist es ein Mast. Und dann ist es die Situation richtig einschätzen, eben wenn Strassen glitschig heil sind, dass man den nötigen Abstand vergrössert, dass man auch da wieder Rücksicht nimmt und vor allem weit vorausschaut, dass man allfällige Gefahren frühzeitig erkennen kann. Unfälle im Strassenverkehr können schnell sehr teuer werden, wehrhaften genau für was? Grundsätzlich ist es so, dass die Haft, wenn ich jemandem einen Haftpflichtschaden mache, dass dann die Haftpflicht zum Tragen kommt. In diesem Fall ist es jetzt die Autohaftpflicht von meinem Auto. Für die Schäden an meinem Auto selber ist meine Gasco-Versicherung, also Vollgasco-Versicherung. Und für Personenschäden ist in erster Linie die Unfallversicherung, die jede Person, die in der Schweiz lebt, grundsätzlich versichert ist. Entweder über die obligatorische Unfallversicherung, via Arbeitgeber oder via Krankenkasse. Ganz typisch für den Winter sind so verreiste Autoscheiben. Wie ist das eigentlich bei den Versicherungen, wenn man jetzt mit einem Guckloch beim Auto herumfährt und man hat eben die Scheiben nicht richtig geputzt und sieht ziemlich wenig, und das kommt dann zum Unfall, tun die Versicherungen einen Abzug? Es kann sehen, dass Situationen entstehen, wo eine Grobverlässigkeit geltend gemacht wird. Und man dann, ja, kann Abzüge, wie Sie sagen, gespüren. Wichtig ist einfach, dass man Strassenverkehrsgesetz einhaltet und dabei sagt ganz klar, dass die Sicht nicht auf eingeschränkt sein darf und darum die Gucklocher ja eben eigentlich auch nicht dorthin gehören. Danke vielmals, Hans-Jürg, Freund. Tief sind momentan nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Zinsen. Die bewegen sich sogar im Minus. Nachdem in Amerika aber die Zinsen bereits gestiegen sind, fragt sich man, was dann künftig bei uns mit den Zinsen passiert. Bleiben Zinsen in der Schweiz so lange auf einem rekordtiefen Niveau? Oder muss man als Hausbesitzer oder Mieter doch langsam mit leicht anziehenden Zinsen rechnen? Und auf was muss man sich als Sparrer einstellen? Wir bringen nächste Woche Einschätzungen und Tipps.